Hallo, ich bin Florin Kiebaum und heute erzähle ich euch etwas über mein Team. Als erstes natürlich meine Eltern. Die halten mir immer den Rücken frei. Und meine Mama ist die, mit der bin ich wirklich sehr eng. Wir verstehen uns super gut. Sie hilft mir auch, halt außerhalb des Reitsports ganz viel mein Leben zu organisieren und zu managen. Mein Papa, der ist einfach mein Ruhepol. Immer wenn er da ist, dann bin ich total entspannt. Und er kommt aufs Turnier und hat immer einen lustigen Spruch dabei. Und dann geht es einem immer direkt viel besser. Und dann ist auch diese Angespanntheit weg. Und das ist einfach gut für mich. Natürlich mein Freund Ferdi. Eigentlich Ferdinand, aber es nennen ihn alle Ferdi. Der kümmert sich total viel um mich und um meine Pferde. Hier auch im Stall. Macht alles Technische, Handwerkliche. Und kommt wirklich jedes Mal mit aufs Turnier und muss alles mit durchmachen, und wenn ich aufgeregt bin oder ein bisschen angespannt oder sauer. Und der bringt mich halt auch immer wieder runter und sagt, Florin, du hast schon so viel erreicht. Jetzt entspann dich. Du kannst das. Und das hilft mir auch wirklich jedes Mal. Wir sind enge Personen oder enge Vertraute, sind mir total wichtig. Weil bei denen kann ich mich auch erst wirklich öffnen und besprechen, wie alles gemacht werden muss oder wie ich an mir arbeiten kann oder an den Pferden. Olli, also Olli Eurig, mein Trainer. Und der ist wirklich total witzig und kann mir sehr viel weiterhelfen. Und ich finde es auch total wichtig, im Training zusammenzuarbeiten. Und dass er auch zuhört und das dann in seinen Trainingsmaßnahmen mit aufnimmt. Und er denkt auch ganz viel darüber nach, was man auch anderes verbessern könnte. Auch für das Pferd, dass es ihm auch perfekt geht, also es ihm gut geht und er zufrieden ist. Weil das ist bei Mindy ganz wichtig, dass er ausgeglichen ist und halt auch jeden Tag auf die Wiese kommt. Deutsche Bahnkreis Sportakademie. Mich macht das natürlich total stolz, ausgewählt worden zu sein. Ich finde das auch wichtig, dass die Leute einen kennenlernen und auch ein bisschen mehr über einen erfahren und nicht nur die Erfolge sehen und einen auf dem Pferd, sondern auch ein bisschen über mich erfahren und sehen, wie ich wirklich bin.